Im Strafprozess oder vor Gericht, aber insbesondere im Strafprozess kommt es nicht immer unbedingt auf das materielle Recht an, das heißt auf die Frage der Strafbarkeit. Das heißt, dass wir eine Strafbarkeitsnorm überprüfen, ob jemand ein Betrüger ist, ob jemand ein Dieb ist, ob jemand jemanden körperlich verletzt hat oder ähnliches, sondern im Prozess kommt es sehr wesentlich auch auf die prozessualen Fragen an. Das heißt also, ein Rechtsstaat, ein demokratischer Rechtsstaat zeigt sich insbesondere daran, wie er mit Angeklagten vor Gericht umgeht, wie er versucht, die Wahrheit zu finden. Und dazu gehören gewisse Grundsätze wie zum Beispiel das rechtliche Gehör, dazu gehören Grundsätze, dass man eben Verteidigungsrechte hat, dass man eben zum Beispiel in Akten einsehen kann, dass man Zeugen befragen kann, dass man Beweisanträge stellen kann, dass man vom Gericht verlangen kann, dass das Gericht gerichtliche Entscheidungen stellen kann oder dass man möglicherweise auch einen Richter als Befangen ablehnen kann oder auch mehrere Richter als Befangen ablehnen kann, wenn man das Gefühl hat, dass hier keine neutrale, keine unvoreingenommene Verfahrensführung stattfindet, sondern dass der Angeklagte möglicherweise schon in den Augen des Richters vorbestraft ist. Also es gibt viele prozessuale Möglichkeiten und die Aufgabe der Verteidigung ist im Wesentlichen, auf diese prozessualen Regeln zu achten oder jetzt in diesem Verfahren, es wurde ja schon drüber gesprochen, ist möglicherweise die Gerichtsöffentlichkeit nicht ordnungsgemäß hergestellt. Auch das ist ein wesentlicher prozessualer Grundsatz, dass in einem Gerichtsverfahren das Volk, in dessen Namen ja das Urteil gesprochen wird, auch auf Zuschauerbänken sitzen kann und dieses Verfahren verfolgen kann. Und dass eben zum Beispiel auch die Presse darüber berichten kann und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Verfahrensfragen, die zu beachten sind, wo manche vielleicht denken, das ist vielleicht ein bisschen kleinlich oder warum reagieren die Anwälte jetzt so oder warum insistieren die Anwälte darauf, dass sie die Frage doch so stellen können, wie sie sie gerade gefragt haben. Und all das dient aber diesen Verteidigungsrechten, all das dient dem Recht eines Angeklagten, der ja auch ein Staatsbürger ist üblicherweise oder jedenfalls ein, wir sagen letztlich ein Subjekt, das sich der staatlichen Gewalt unterordnet, dass es weitestgehend auf Augenhöhe stattfindet. Deswegen sind wir Anwälte ja auch Organe der Rechtspflege, also wir sind nicht nur die privaten Vertreter, was wir ja vom Strafgericht sowieso nicht sind, aber wir sind nicht die privaten Vertreter der Interessen einer Partei, sondern wir sind Organe der Rechtspflege, die darauf achten müssen, dass dieses Verfahren fair, offen, transparent und eben auch immer mit der Möglichkeit eines Freispruchs geführt wird. Das ist leider nicht immer der Fall. Wir haben es mit Menschen zu tun, sowohl auf Seiten der Staatsanwaltschaft, die ja als die neutralste Behörde der Welt gilt, weil sie natürlich nicht ist. Die Staatsanwaltschaft soll theoretisch Belastendes und Entlastendes ermitteln. Das Entlastende erlebe ich vor Gericht quasi gar nicht, sondern die Staatsanwaltschaft selbst dann, wenn ein offensichtlicher Freispruch ist, fordert häufig immer noch irgendwelche Bestrafungen, weil sie eben aus ihrer, wie soll ich das sagen, menschlichen, psychischen Determiniertheit eben, wenn sie einmal eine Entscheidung getroffen haben, nämlich jemanden anzuklagen, sehr schlecht davon wieder runterkommen, zu sehen, dass da möglicherweise eine Strafbarkeit doch nicht gegeben ist. Und mit den Richtern ist es natürlich ähnlich. Das heißt, auch die Richter haben natürlich eine gewisse Einstellung zu den Menschen, die da vor ihnen sitzen, über die sie am Ende urteilen, über deren Schicksal sie urteilen. Und es ist, wie gesagt, unsere Aufgabe als Anwälte eben nicht nur in der Frage, ob jetzt jemand tatsächlich irgendjemanden etwas weggenommen hat und wem das möglicherweise gehörte, was er da weggenommen hat oder nicht. Also wenn man das mal so jetzt eben auf die Strafbarkeit bezieht, sondern unsere Aufgabe ist es im Wesentlichen darauf zu achten, dass eben dieses Verfahren fair mit den grundsätzlich guten Regeln eines Strafverfahrens abläuft. Untertitelung des ZDF, 2020